Herzlich Willkommen zurück in einer weiteren Folge Diabolo. Lilith hat Inarius getötet und wir haben ein wenig was über die Geschichte erfahren. Also die beiden haben sich anscheinend verliebt und naja, ein Dämon und ein Engel, also zumindest ist das so meine Interpretation jetzt, dass es so ist, wer weiß. Als ob sie mit ihm spielen würde. Sie wollte, dass der Engel leidet, bevor sie ihm ein Ende setzt. Dann lag die Prophezeiung falsch. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Vielleicht auch nicht. Auch Lilith ist verwundet. Wenn sie verletzt ist, wird es einfacher sein, sie in den Seelenstein zu sperren. Wir dürfen nicht aufhören. Besonders, was ich halt so krass finde, kaum hat die Armee, äh, kaum ist der Tod, hat die Armee ihren Glauben verloren und, bumm. Haben sie den Kampf, den sie vorher hatten, der gut war, verloren. Also sie haben sich gut, bis dahin, ne? Oh, ich prüsse. Hm. Hm. Oh, Dole. Das dachte ich mir. Ja. Das dachte ich mir. Oh, da ist so ein Feiertübe. Der muss fallen. Noch mehr? Ne. Okay. Der wurde irgendwie kaputt gemacht. Keine Ahnung von wem. Donan. Warum sag ich Donan? Nee, Donan. Na dann. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf, auf. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Hier seid ihr also endlich, um euch sicheres Gebräid zur Kathedrale des Hasses zu sichern. Und ihr seht schlechter aus als bei unseren letzten Treffen. Ich werde mir des Sieges nicht zu sichern. Erfüllt das Versprechen, das ihr mir gegeben habt. Natürlich, Tochter des Hasses. Mit meiner Gabe werdet ihr euch eurem Vater stellen. Am Ende gehen wir alle nach Hause zurück. Tödlich, Tarantien des Hasses. Was ist das? Wo bin ich? Gefangen in eurem eigenen Kampf. Ich könnte euch für immer hier lassen. Doch ich biete euch ein anderes Schicksal. Und wo ist das? Ihr könntet die größte Beschützerin St. Warius sein. Doch nur, wenn ihr das wollt. Ich werde euch zeigen, weshalb die Welt euch braucht. Okay. Seitdem ihr mein Blut getrunken habt, bin ich ein Teil von euch. Das werde ich immer sein. Ich trage eure Hoffnung und Angst in meinem Herzen. Ich habe den Menschen den freien Willen geschenkt. Aber sie sind verloren, ohne einen Hirten, der sie führt. Sie strömen zu diesen Theatern, die sich als Tempel ausgeben. In denen falsche Erlöser ihnen Märchen vom Guten und vom Bösen erzählen. Und die Leute begrüßen dieses Spektakl. Und war ein Sofels. Die Welt durch die Augen eines Kindes. Aber ihr wisst, dass alles eine Illusion ist. Die Horror-Drim kennen die Wahrheit. Doch sie sind nur ein Hütter des Wissens. Sie können nicht tun, was ihr tun. Hm. Okay. Es tut mir leid. Hm. Ja gut. Also ich finde das schon interessant, was Lilith jetzt macht. Aber ist das nicht mehr so eine Manipulationssache, die sie gerade versucht? Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Doch es lag auch nicht in seiner Natur, ein Hirte zu sein. Okay. Gerade. Seine Prophezeiung war eine Wahrne. Doch anstatt sie zu nutzen, um Sanktuario zu vereinen, ließ er sie Chaos verbreiten. Die Wierer. Die Wierer. Sie wollten so sehr ihre eigene Deutung in der Prophezeiung sehen, dass sie blind für die simple Wahrheit waren. Die Wierer. Wir sind Gefangene des ewigen Konflikts. Schachfiguren von Engeln und Dämonen. Das wird immer ein Teil von uns sein. Wir müssen ums Überleben kämpfen. Okay. So menschlich von Inarius zu glauben, die Prophezeiung würde sich nur um ihn drehen. Vielleicht hat euer Volk diese Eitelkeit von ihm geerntet. Gebenet heite Mutter. Erlöse uns. Hm. Hm. What? What are you guys? Doch blickt auf euer Leben. Ihr gebt den Menschen Hoffnung. Hass, Zerstörung, Schrecken wird es immer geben. Wir werden sie immer bekämpfen müssen. Doch wir können den ewigen Konflikt zu unseren Gunsten wenden. Wie fängt es an? Mit Mephistos Vernichtung. Und ihr fühlt die kommenden Schlachten an. Nehmt einfach meine Hand. Kämpft für Sanctuario. Ich würde sagen, nein. Das ist wieder nur eine Manipulation. Sehr gut. Dann ist das die Zukunft, die euch erratet. Hm, glaube ich nicht. Ich werde euch hier für immer gefesselt halten. Ich brauche mehr Zeit. Hallo. Brauch dir Hilfe. Uh, Mephisto. Mein... Das Tor. Es ist euer einziger Ausland. Oh. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist halt wieder mein Feind. Tschüss. Die Höhle in den Bergen. Dort hat Mephisto mich gefunden. Ich werde euch aus dieser Falle befreien. Dann helft ihr mir wieder und wieder. Seht euch um. Ich rettete euch in dieser düsteren kleinen Höhle, weil ich spürte, dass ihr Lilith ein Ende bereiten könnt. Und das ist mein einziger Wunsch. Seht gewiss. Die Zeit wird kommen, in der wir Feinde sind. Doch ob es euch gefällt oder nicht, derzeit brauchen wir einander, um sie zu besiegen. Sieh mich an. Vor euch liegt ein harter Weg. Mein Segen wird euch leiten. Schreitet furchtlos voran. Geil. Nice, 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 nice. Woohoo. Er hat uns gar nichts versprochen, ne? Er hat uns gar nichts versprochen, ne? Ich bin noch nicht bereit. Wer würde das Geschenken ablehnen? Tschüss. Oh, da vorne sind zwei Elite. Zwei Bossies. 2 gleich das könnte lustig werden dann machen wir erstmal hier ein bisschen platt dann haben wir hier zur Not ein paar Leichen oben liegen das ist gut Elias schon wieder ihr seid nicht so stark wie ich dachte was glaubt ihr das wirklich keine Ahnung der erste fällt gleich so wie der da und ihr habt schon nur von meinen Ads richtig aufs Mundwerk bekommen keine Quip na gut wir sind in einem Traum aber gab es vorhin nicht Gold die so farz meinst du also bis jetzt komme ich ganz gut lang ein boss nicht ja schon wieder ich bin noch nicht bereit was du denn da warum springst denn du runter nein glaube ich nicht seid ihr etwa auch schon tot schon ist gut der fight war ein bisschen anstrengender ich habe im ersten moment gelesen nehmt es und freut euch okay was los denkt nicht einmal daran mich hier zu begraben ich bin verdammt noch mal zu alt um eurem körper aus der hölle zu schleifen bewegt eure hand und lasst mich sehen ich folge eurem befehlen seit jahren nicht lorath wieso sollte ich jetzt anfangen ihr hättet statt zur kathedrale zu mir kommen sollen ich wäre für euch da gewesen hätte eure bürde geteilt ich weiß und vielleicht wäre es mit skosklen anders gelaufen und mit jorin war es genug war es für ihn ja mehr als genug Was geschehen ist, ist geschehen. Was habt ihr vom Auge erfahren? Mirjus hat versucht, mich zu fangen. Davor hat sie ein weites Flammenmeer überquert. Dahinter liegt das Reich ihres Vaters. Nein, wir kommen zu spät. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir haben den Stein. Was sollen wir tun? Äh, äh, ich weiß nicht. Ich, ich glaubte immer, wenn ich sterbe, seid ihr diejenige, die es beendet. Ihr hattet immer die ruhige Hand, nicht ich. Hört auf euer Bauchgefühl. Es hat uns bis hierher gebracht. Nimm den, die Röll ist weg. Die ist wahrscheinlich schon vorgeflitzt. Oder... Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir sollen sie ja finden. Die wird ja hier irgendwo rumrennen. Nimm die Mockernstock an. Er hat alles gegeben. Seine Heimat. Seinen Sohn. Und wofür? Ihr seid zurückgekehrt. Gut. Was meint er damit? Diese Bestie. Half mir, Lilith zu entkommen. Moment. Ich habe über solch ein Wolf gelesen. Nein. Mephisto. Er hat deinem großen Hügel vertraut. Vertrauen hatte nichts damit zu tun. Eure Freunde kamen zu mir. Und du solltest das auch. Wenn Lilith meine Essenz erlangt, ist Sanctuario verlaut. Wie lautet euer Plan? Keine Plan. Ich biete nur um meine Hilfe. Dies führt zum Kathedrale des Lusses. Doch ihr müsst euch beeilen. Lilith ist schon fast dort. Oh yeah. Na dann. Guten Tag. Auf zur Kathedrale des Husses. Ihr seid vor Lilith angekommen. Aber sie ist nah. Okay. Was jetzt? Wir können einen Hinterhalt legen. Ich lenke sie ab. Ihr fand sie um sie. Irgendetwas stimmt nicht. Mephisto hat euch zu diesem Moment geführt. Wir sind in seinem Reich. Sollen wir wirklich tun, was er will? Hm. Im Vergleich zu Lilith ist er das größere Übel. Noch. Ihr wollt den Stein bei ihm verwenden? Denkt scharf nah. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, scheitern wir alle. Hm. Er hat Angst. Es könnte funktionieren. Wir fangen Mephisto im Stein ein und kehren zu Lora zurück. Dann versiegeln wir die Tore der Hölle hinter uns und lassen Lilith hier zurück. Sie wird euch fangen, ehe ihr entkommen könnt. Und wenn ich dann im Stein gefangen bin, wird sie sich meine Macht aneignen. Lasst euren Hass auf mich nicht die Vernunft übertönen. Meirel, meinen Gedanken zu Mephisto kann ich nicht trauen. Aber euch kann ich vertrauen. Tut, was ihr für richtig haltet. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Tagen dran. Weltweiser. 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 Ich werde Lorat finden. Wieder Ordnung schaffen. Wir warten bei der Kapelle auf euch. Ich will euch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Verstanden? The end fight. Okay. Mein Hauptproblem ist, dass meine... Eigentlich, dass es hier... Die sind meine Hauptprobleme, meine Skelette. Wenn der, sollte ich auch erstmal hier noch ganz so weit drauf einprügeln. Und ein bisschen sammeln. Oh, Fehler, Fehler, Fehler. Meine Gude. Das war ein kleiner Fehler, meiner Meinung nach. Ich kann dadurch meine Skelette wiederholen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Stopp! Ja. nicht gut gegen einen gegen einen totenbeschwörer Leute zu beschwören wodurch ich ach komm ich stöp doch jetzt einfach ah wir sammeln mal wieder ein bisschen oder auch nicht hallo Lille ähm lebst du noch oh 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 okay das ist nischt ich frag mich gerade ob wir irgendwie wow da war ich gerade nicht aufmerksam ich bin noch nicht bereit ich hab das Gefühl wir haben ein Problem wir kriegen nämlich keine Essenzen mehr bedeutet wir kriegen minimalistisch oh warte mal sie hat die Hälfte abgeschnitten ach man müssen wir jetzt den ganzen Fight nochmal machen sie hat die andere Hälfte abgeschnitten hallo okay verstehe 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 hallo ja da möchte ich am liebsten aber nicht weiter kämpfen okay nein haben wir nochmal oh ne haben wir nicht ich brauch jetzt ups einmal zu viel genommen ich brauche mehr Zeit okay was da war mein Golem dabei oh okay okay Komm schon. Na toll. Nein. Nein, 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 nein. Leute, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Shitty. Das ist die Hälfte down. Nein, nein, nein. Oh, wir haben keine Energie mehr. Das ist halt das Geniale, dass mein Golem eigentlich nicht stirbt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Golem stirbt, ist so gering. Der stirbt! Vorsicht selber. Sanktuario war als Flucht aus dem ewigen Kopf. Konflikt gedacht. Und doch sind wir erneut mittendrin. Ich habe euch freien Willen gegeben. Und ihr habt ihn vergeudet. An einem Kreuzzug, den ihr nicht versteht. Ihr habt Tyrannei gewählt, als ich Frieden anbot. Ein schwaches Vermächtnis für meine Gabel. Ohne mich hätte er keinen Sieg erhoben. Und er dürfte mehr kosten, als ihr. Bereit sein zu gehen. Und er hat jemand, als ihr mentevetert. Ohhhhhhh, 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 guck maaan! Da ist was gedroppt. Ein... Was ist das? Ein einzigartiger Ring. Okay. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ähm... Ja... Ja... Ja, besser als der, würde ich schon sagen. Gerade vom Nöbel her alleine. Also, würde ich schon mal so machen. Hammer. Dann haben wir Stiefel noch bekommen. Müssten wir uns auch noch... Skelett mache ich ja schon wieder. Ne, das haben wir ja hier schon auf dem Schild mit dem Blizzard. Aber ja, gut. Gut, dann ab, würde ich sagen. Euriges Portal. Und du? Ein dunkler Pfad. Komm, das machen wir noch zu Ende, schnell. Sprecht mit Lorath. Das bedeutet, wir haben eins der großen Übel gefangen genommen und... Lilith ist vernichtet. Eigentlich Sieg auf ganzer Linie, würde ich jetzt behaupten. Es ist geschafft. Lilith ist fort. Ist sie im Stein gefangen? Nein. Aber Mephisto. Er hat uns geholfen, die Kathedrale des Hasses vor Lilith zu erreichen. Natürlich. Er war von Anfang an involviert, nicht wahr? Wir mussten das Risiko eingehen. Nein. Ich verstehe. Wo ist der Stein? Nirel. Sie ist nicht solch zurückgekehrt? Nein. Sie muss bereits zur Wüstenkapelle gegangen sein. Folgt ihr. Schnell. Ich muss Donen mitnehmen und das Tor zur Hölle hinter uns versiegeln. Ich halte euch nur auf. Ihr schafft das nicht alleine, mein Freund. Wir kamen zusammen her. Wir verschwinden auch wieder zusammen. Jetzt sind wir wahrhaftig allein. Die Schöpfer-Sanktuarius, Engel und Demer, Vater und Mutter sind tot. Sie haben uns nach ihrem Abbild geschaffen. Ihr Konflikt ist ein Teil von uns. Das wird er immer sein. Aber ist dann Liliths Vision etwas Wahres dran? Diese verrückte Idee, dass wir dem ewigen Konflikt entkommen können? Dies sind keine Fragen für einen alten Mann. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist nicht mehr mein Kampf. Oder ergeht es uns wie allen Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren? Am Ende werden wir selbst das, was wir hassen. Ich kann nichts weiter tun, als die Wanderin und Nerel vor Ratmas Schicksal zu bewahren. Und alle anderen, die beim Versuch gescheitert sind, unsere fehlerhafte Natur zu überwinden. Sobald wir mit Nerel zurückgekehrt sind, finden wir einen Weg. Wir müssen. So, was haben wir denn hier? Ein dunkler Pfad. Wir haben den Akt abgeschlossen. Und du? Was ist jetzt noch? Sie ist fort. Warum hat sie nicht auf uns gewartet? Gibt es noch einen siebten Akt? Nee, Epilog. Den würde ich mir noch gerne angucken wollen. Ja. Ja, so muss es sein. Jorin, Downen. Wir haben so viele an den Hass verloren. Wir können nicht auch noch Nerel verlieren. Kommt schon. Lohr hat nach. Wird das denn nie enden? Josef, was wollt ihr? Geht zur Seite. Ich bin wegen des Horadrim hier. Kann das nicht warten. Ich muss einen Freund begraben. Wir heben sein Grab für euch aus. Das ist nett. Aber wer hebt eures aus? Hütet den Ketzer! Okay. So. Jungs. Mann, 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 Mann. Die Horadrim haben ihre dunkle Magie angewandt, um ein großes Übel in die Welt zu tragen. Übergebt dem Vater ihre sündigen Seelen und holt den Seelenstein zurück. Lebt sie noch? Josef, er rettete mich in Nevesk. Sie waren nicht unsere Feinde. Das waren Narren. Ich habe keine Zeit dafür. Ich gehe nach Skarsgarn. Donan verdient es, mit seinem Sohn begraben zu werden. Ich dachte, die Toten verdienen nichts, wenn die Leben in Gefahr sind. Weise Worte. Aber ich... Ich muss mein Versprechen halten. Deswegen müsst ihr vor mir gen Norden reiten. Wenn die Kathedrale sie noch nicht hat, könnte Nerel zum Gewölbe unterwegs sein. Findet sie und trefft mich dann in Donans Anwesen. In, wenn die Beste nicht hat, weiß sie noch nicht, kann ich wissen. Also, hier bei uns loszuh�니다. also auf jeden fall nice story also kann man erzählen was man will schön gemacht bisher also jetzt der epilog mal gucken weg voller schuppen das habe ich in der spiegelung gesehen wir sind ganz nah ich kann dich retten mutter ich verspreche es ich kann lernen wie man nicht was ich erwartet hatte aber verlieren wir die hoffnung nicht ich dachte ihr würdet mich mittlerweile besser kennen ich komme nach meiner mutter wo es eine spur gibt gibt es auch einen weg und ich werde ihnen bis zum ende folgen keine spur von ihnen sie sich eurem verständnis entziehen ok 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 machen wir wo hängt der schon wieder rum da oben und ok gebildet, wisst ihr? Danke, gütige Wanderin. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Skosnen getan hat. Ups, das war eine Mission. Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Schiffe zu lernen. Also hoffe ich, dass ihr euch erinnert, wie man sie entziffert, Lorat. Denn ihr seid jetzt der letzte Horatran. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie glaubte, die Horatran hätten alle Antworten. Ich weiß nicht, ob sie diese Person wiedererkennen würden, zu der ich werde. Es fällt mir gerade schwer, nicht an sie zu denken. Aber dann denke ich an euch und Dornen. Ihr wart keine allwissende Morade. Ihr wart verblittert. Unsicher. Ihr wart immer wahre Freunde. Und wir werden sie brauchen, um uns dem zu stellen, was kommt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, aber es muss eine bessere Antwort geben. Und ich muss sie finden. Allein. Ich weiß, dass ihr mich begleiten wollt. Aber es sind bereits Menschen bestorben, weil ich nicht vorsichtig genug war. Ich kann euch nicht ebenfalls riskieren. Wenn ich mich irre, wird die Welt euch lebend brauchen, um die Fehler zu bereinigen, die ich hinterlasse. Ich weiß, dass wollt ihr nicht haben. Aber ihr könnt nicht aufgeben. Nicht ermordet. Zeit mit einem Schuss. Wenn ich mich nicht mehr sehen, wenn sie nicht mehr tun. Ich bin nicht mehr. 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 Ich habe sie getan. Wünscht mir Glück, wenn alles im Kopf, welches mir erhoffe, werden wir uns niemals wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.